hallo ihr lieben schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute kommt zu der auflösung zu der 600 abo dankeschön aktion es sind einige tolle beiträge eingegangen die werde ich euch jetzt auch gleich zeigen die liebe birgit hat mir so eine schöne dia show gemacht ich hoffe dass das jetzt gleich klappt und ich das jetzt euch so zeigen kann möchte mich dafür auch recht herzlich bei ihr bedanken sie hat die bilder alle ganz toll in szene gesetzt aber ich würde sagen schaut euch selber an und dann kommen wir zu dem spannenden teil dann ziehen wir den gewinner los geht's bis gleich oh oh Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir wollen ja den spannenden Teil jetzt nicht verpassen, aber ich werde zum Abschluss zu diesem Video diesen Abspann gerne nochmal ranschneiden, sodass es ein schöner, ruhiger Abschluss zu diesem Video wird. Okay, aber wir müssen ja einen Gewinner ermitteln. Ich habe hier schon, was heißt wir müssen, ich möchte, müssen oder nicht. Also ihr wisst ja worum es geht, es geht um den Einkaufsgutscheincode von Hobby1000 im Wert von 15 Euro. So, und einer von denen, die jetzt mitgemacht haben, wird den bekommen. Ich habe hier schon mal so ein Döschen, da werdet ihr jetzt alle reingeschmissen. Und ihr habt mir ja alle gestattet, auch eure Namen zu zeigen und zu nennen, also kann ich das jetzt so machen, dass ihr live dabei seid, wie ich die Lose zusammenfalte und euch mit in dieses Herzkätzchen packe. So, ich werde jetzt mal gucken, dass ich alles gleichfalte. Also ihr habt ja gesehen, ne? Einmal unsere liebe Bivo. Ich denke, so sollte das reichen, kennt man ja nichts. So. Ich muss noch nicht zusammenkleben, komm her. Einmal die Anni oder NIS. Auch sie kommt mit in den Lose-Pott. Ich denke mal, ich brauche das jetzt auch nicht so klein falten, weil über 8 Stück habt ihr alle Platz. Dann die Patricia vom Kanal Pahara. Na, aber ja, so. Auch sie ist dabei. Ich bin richtig froh, dass ich mich diesmal entschieden habe, das mit den Losen zu machen. Ich hätte mich echt nicht entscheiden können. Dann die Nina F-Punkt Sie hat hier einen Beitrag geschickt. Die liebe Sandra vom Kanal Sunny Sunshine. Du bist dabei. Ich werde nicht ziehen, das aber lasse ich nachher mein Mann. Dann die liebe Heidi. Die Asmodeva. Ossi ist dabei. Einmal habe ich es so gefaltet, einmal so. Wartet mal, wenn, dann will ich das richtig haben. Ich nehme es da sehr genau so, dass die Schrift außen ist. Ich habe eben gesehen, dass ich das einmal so und einmal so gefaltet habe. Vorher habe ich noch gesagt, ich will alles richtig falten, also mache ich das jetzt auch so. Die Schrift nach außen von diesen Blättern. Ich weiß, mein Mann ist das Schnurz hier rum, die jetzt gefaltet sind, aber ich fühle das so. Dann geht es weiter. Mit der lieben Christine Kreativ. Ich glaube, ich habe das eh vergessen. Kreativ oder Kreativ? Du weißt, dass du gemeint bist. Und die Martina. Irish Tinker Girl. Zählen wir gleich nochmal nach. Müssten acht Stück sein. Das hat das auch gleich nochmal durchgemischt, wenn ich jetzt durchzähle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jawohl, keinen vergessen. Deckel drauf. Und dann. Müschen, müschen. Mein Schatz guckt mich schon so straffend an, der weiß, was durchkommt. Lukas, kurz deine Frau schiebt schon. Eine glücklich machen. Sei mal so lieb. Du kannst auch sieben ziehen und lässt eine drin. Kannst du dir auch so. Das hättest du wohl gern. Mir ist das egal. Okay, dankeschön. Dann wollen wir mal schauen, wer das dann jetzt geworden ist. Sunny Sunshine. Herzlichen Glückwunsch, Sandra. Soll ich gerade sagen, schütt mir deine Adresse? Brauchst du ja gar nicht. Und ich freue mich. Sandra, du darfst shoppen gehen. Bei Hobby 1000 im Wert von 15 Euro. Das ist natürlich auch mehr, ne? Aber der Gutschein ist halt in Höhe von 15 Euro. Sei so lieb. Und kommentiere nur kurz unter dem Video, dass du es wahrgenommen hast, dass du die Gewinnerin bist. Und dann schicke ich dir sofort diesen Einkaufsgrutschein-Code über diese E-Mail, wo du mir das Bild geschickt hast. So, okay? Also, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß beim Shoppen. Und vielleicht denkst du ein bisschen an mich dabei. Ja, so. Das war's. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich, dass ihr mir diese tollen Beiträge geschickt habt. Ich werde mir die alle aufheben. Also, ähm, ich hab mir schon so einen Ordner da auf meinem Läppi gemacht und da sind sie alle drin. Die, äh, liebe Elfriede, die hat mir jetzt auch noch vorgeschlagen, die möchte mir ein schönes Poesie-Album basteln. Und, äh, Sunny und ich glaube, ja, und Pahara haben mir ja ihre Beiträge auch zugeschickt mit der Post. Und die werde ich dann da reinkleben. Okay? So, und dann verabschiede ich mich jetzt so. Wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und auch vielen Dank an allen, die zugeschaut haben. Und dann sage ich Bye-Bye. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid. Nicht abschalten. Ich werde jetzt nochmal dieses, äh, hier, Video so schön zum Abspann einblenden. Okay? Macht's gut, meine Lieben. Bis die Tage. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020